Du bist aber schon ordentlich hergekriegt, oder? Ja, bist du. Du kriegst immer ein bisschen überregelt auf die Usu, auf ein Bier, und dann ziehst du dich nicht. Das ist da fix. Bauer, das ist gescheitere. Gehen wir uns wieder zurück. Ja, und ja, Bauer. Ja. So wie du auch schaust du. Danke. Ja. Bauer, da kannst du einige telefonieren. Ja, mein Plan, nicht zu tun, wenn ich niederlegen will. Viel geht es heute nicht mehr. Ich konnte fest die Helene Fischer kommen, konnte nicht mehr puttern. Sieh, was zur Seite. Ja. Bauer! Geweiter, du gschede Sau. Gebeto, für die Gäne. Da muss ich erst wochen. Ja. 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 Ja.